Hallo und Willkommen. Habt ihr auch schon ein UR Minecraft Skin? Ich habe gerade meinen Guard gebaut. Und ja, hier zwischen ungefähr 66.000 anderen steht einer von mir. Und ja, da könnt ihr mal in etwa vergleichen, wie das ungefähr aussieht, wenn ich hier, ja, sieht ein bisschen komisch aus. Aber das macht nichts. Man hat ja nicht allzu viel Farben zur Verfügung. Aber doch in etwa kommt er doch schon hin. So, es gibt hier richtige Künstler. Ich bin davon keiner. Ja, jeder bekommt hier so einen Standard Skin. Wenn ihr auf den Server kommt, jeder, der einen Minecraft Account hat, darf sich einen dieser Skins umbauen. In seinen Skin. Mittlerweile sind es über 66.000. Ja, und wo wir auf den Server kommt, ja, kommt in die Videobeschreibung. Und oben auf der Minimap könnt ihr ja meinen Account mal, meinen Hamm hier besuchen. Wenn ihr denn den findet, also wenn, ich habe hier eine ganze Weile gebraucht, um hier überhaupt mal, ja, wenn man Start eingibt, kommt, wird man zu einem hingeworbt, wo man einen zugeteilt bekommt. Aber wenn man hier von jemandem einen Skin direkt suchen sollte, ich glaube, da findet man keinen mehr. Bei 66.000. Jeder hat, jeder Minecraft Account darf hier einen Baum, aber eben nur einen. Ja, im Kreativmodus, also ihr braucht euch die Wolle nicht von den Schafen holen. Hier gibt es wahrscheinlich auch gar keine Tiere. Ja, und ihr werdet für immer auf diesen Server verewigt. Und darum steht hier unten auch, Bild bei Dirk Sch, was mein Minecraft Name ist. So, mal sehen, vielleicht mache ich mit meinem zweiten Minecraft Account auch noch einen. Denn jeder, der einen Minecraft Account hat, darf ja einen bauen. So, jeder, der Lust hat, baut sich auch einen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch da einfach mal so ein Screenshot oder sowas oder vielleicht auch ein kurzes Video macht und einfach mal hier als Video einfach postet oder irgendwo auf ein Screenshot von euren Skin mal bezuschicken könntet. Meinen Skin könnt ihr jetzt hier bewundern. Und Tschüss.